Um mein Programm vom Computer auf den Calliope Mini zu laden, muss ich zuerst diesen mit dem Computer über USB verbinden. Ich klicke dann auf das schwarze Dreieck unten auf den Bildschirm. Nun öffnet sich ein neues Fenster und wir sehen hier unten, dass man auf den Pfeil klicken kann und dann Speichern untermacht. Das ist hier in der Leiste, dass direkt der Mini, der Calliope Mini, erkannt wurde und das Programm kann man auf diesem einfach speichern. Wenn die Lampe auf dem Calliope Mini aufhört zu blinken, ist das Programm automatisch installiert und es startet.